Your Gaming Specialist with Killer Prices Ich bin echt gespannt ob der am Ende drauf geht oder nicht Aber anderer Seite What the fuck Alter Schwede Offensichtlich haben sie raketenbetriebene Züge Krasser Scheiß Das ist so eine richtig geile Nazi-Untergrundbasis Wie auf dem Mond oder so Okay ich glaube ich kann hier runter Ach guck mal da ist schon einer Moment Plopp Alter Ich habe dir den Kopf geschossen Wie kannst du denn noch so lange schreien Es sollte ein lautloser Tod sein Aber komm Ich brauche keine Rüstung mehr Okay Munition nehme ich halt Ah da könnte ich runter Ich glaube ich muss sogar da runter Aber erst schauen wir uns noch hier die Dinger an Ah okay davon haben wir genug Oh Rüstung haben wir auch genug Na gut Kann ich von hier aus schon irgendwie Das Problem ist Da ist keiner Ich meine ich könnte es versuchen Aber die Gefahr dass ich daneben schieße relativ hoch Vor allem wenn der stirbt und der sich umdreht Dann machen wir mal langsam Machen wir mal langsam Ich gehe mal hier runter Ist hier noch irgendwie was? Nein Ich dachte irgendwie zum einsammeln oder so Da hinten läuft einer rum Da läuft einer Sehen wir mal mit Ich glaube ich kann Ich glaube ich kann einfach mal hier runter Ich muss ja irgendwie da auf diesen Zug drauf Ich meine ich Ja gut Ich könnte ja versuchen Einen auf Leute Lass mich verarschen Ich könnte natürlich hingehen und hier einen auf voll rowdy machen Aber Brauchen wir nicht hier Aber ich will zumindest Versuchen Solange wie es geht Hier Den Sneak Modus Ah fuck you Zu machen Die Türen Nicht verfügbar Okay Auch nicht verfügbar Dahinter ist auch nichts Aber ich könnte hier drauf oder? Komm schon Komm schon Komm schon Ah ja macht es nicht Schade Na gut Dann müssen wir uns jetzt über die Treppe da hochschleichen Ich muss vor allen Dingen mal schauen wo der Das ist der Offizier Ja Ich glaube schon Da was ist das hier? Ah Noch ein Verbesserungskid Na das sage ich natürlich nicht Nein zu Haben wir jetzt eigentlich schon mal irgendwie Wie viele haben wir denn? Eins ist noch verfügbar Hm Laserkraftwerk Zielfernrohr Nee Superladung Nee Maschinenpistole Nee Trommelgewehr Pistole Weiteres Magazin brauchen wir auch nicht Sturmgewehr Doppelmagazin brauchen wir auch nicht Nee Irgendwie Nee Ich behalte es mal Vielleicht kriegen wir ja noch eine Waffe Und wenn man da direkt was reinpumpen kann Wäre das natürlich fucking awesome Er hat kein Verständnis für Terroristen Er hat kein Verständnis für Terroristen Er hat kein Verständnis für Terroristen Nichts hast du dich für New Orleans beworben Na klar Du? Auf jeden Fall Vielleicht sind wir in einer Schwadron Wir arbeiten doch gut zusammen Ja Oh Du hörst gar nichts Nee 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 Nicht alles durchkämmen Du hast nämlich überhaupt nichts gesehen Ich hab hier nur zwei Leute platt gemacht Was? Wo? Du hast gar nichts gesichtet Kommt der hier hin? Wenn ja Wo ist der? 15 Der muss unter mir sein Der muss hier sein Oder? In die Richtung muss der sein Der Der Offizier Vielleicht ist er da oben drin Wo ist der scheiß Offizier? Ich will den erst noch weg machen Ja Ah hier hoch Wette ich mit dir Wenn ich den nämlich weggemacht habe Dann kommen nämlich wenigstens keine neuen Hier oben Hier ist der Ich hol mir den jetzt auch direkt Ah er ist über mir Er ist über mir Aber der wird Da wird man Ey er geht Ja weg mit dem Köter Ja sehr gut Nice Haben wir das Kommandoquartier hier auch schon Ausgemerzt Nice Elsassbrief Interessiert uns natürlich wie immer nicht Pistolenmunition habe ich mir geholt Sehr gut Weil das ist nämlich immer so ein Wenn wir den Typen hier weg machen Was können wir denn hier machen? Raketenantrieb herunterlassen Ja dann mach mal Sollte ja keinen stören Zumindest wenn da noch einer ist Der denkt sich wahrscheinlich Oh jetzt geht es gleich los Ist ja voll nice Guck mal da sind sogar noch zwei Den können wir noch weg machen Hier Guck mal da Das ist so ein Hightech Anzug Ah siehst du Auf die Entfernung ist die Waffe für den Arsch Kannst vergessen Was ist das hier für ein Ding? Kann ich da Oh mein Gott Alles klar Was ist denn das für ein dummes Ding? Äh ja Alles klar Okay Ey von hinten Was ist denn das? Wo kommen die denn alle her? Alter Schwede So war das aber nicht gedacht hier Na komm gib mir mal die Waffe Das war so aber überhaupt nicht geplant Okay ich glaube das war es aber schon Oh ne da hinten ist noch einer Ja okay Das waren alle Ey das war jetzt aber Das war jetzt aber ganz schön nervig Muss ich sagen Das war jetzt so nicht geplant Vor allen Dingen ich dachte so Hey was ist das für ein Ding? Ist das irgendwie so ne So ne so ein Hightech Anzug In den ich jetzt selber noch reinsteigen kann Noch zusätzlich Um da alles wegzuficken Kommandant Humlas E-Post Okay Nice Jetzt haben wir hier Lutzmeiers Forschungsnotiz Nehmen wir doch mal alles mit hier Wollen wir ja nicht liegen lassen Da ist noch ne Karte Die können wir mitnehmen Wunderbar Ne die Waffe die will ich doch gar nicht haben Scheiß drauf weg damit Ist da hinten noch irgendwie was versteckt? Ach guck mal Rüstung Siehste War doch nicht schlecht Dass wir da nachgeschaut haben Guck mal hier sind wir auch noch nicht drin gewesen Vielleicht haben wir hier noch Da ist Guck mal Oh hier da ist noch mehr Was haben wir hier? Noch ne Zeitung Oh Gold haben wir sogar noch gefunden Ja Freunde Man muss sich halt einfach nur mal ein bisschen umschauen Ne da ist noch ne E-Post Geil Sauber Sehr schön Hier haben wir noch Munition für unseren Dingens Ja dann haben wir doch jetzt Rein theoretisch so ziemlich alles Da ist noch Rüstung Okay Perfekt Na dann haben wir es doch Schade Ich dachte eigentlich Ich komme ganz gut Da durch Aber Naja Scheiß drauf Wie geht es denn jetzt hier Los mit dem Ding Da Alles klar Dann gib mal Gas Mein Freund Ha Okay Wir bewegen uns Ich muss ganz nach vorne Zur Steuerung Oh Ah Jetzt habe ich die Schrotflinte Seht ihr Dachte ich mir doch noch Dass wir irgendwie noch ne neue Waffe bekommen Ich hab's Ich hab's mir doch gedacht Schockhammer Munition Wie viel habe ich jetzt Lol Sind hier Leute drin Ernst Was Lol Hier sind tatsächlich Leute drin Hallo Oh Okay Aber auf weiter Entfernung Kann die jetzt nicht besonders viel Oh Gott Weg Oh Weg mit dir Und Oh Bomb Bomb Okay Das Ding ist ganz nice Aber Auf Auf mittlere Entfernung Ist das Ding jetzt wiederum Nicht ganz so geil Ich hab gar nicht gemerkt Dass hier Ich Oh Hallo Du hast auf jeden Fall Auch eine Schockhammer gehabt Jetzt nicht mehr Ich hab's Ich hab das überhaupt nicht gecheckt Schließen für maximalen Schaden Gleichzeitig ab Er wartet das Magazin Ne Querschläger Granatsplitter Prallen von harten Oberflächen ab Sodass Gegner Jetzt zusätzlichen Schaden erleiden Das klingt eigentlich ganz geil Also entweder Wir schießen alles auf einmal ab Und pusten die direkt weg Oder wir machen Querschläger Was natürlich auch ganz cool sein könnte Wobei ich ganz ehrlich sagen muss Dass ich die Rotorfunktion noch geiler finde Deswegen machen wir das jetzt Jetzt schießt das Teil nämlich alle drei Rohre gleichzeitig ab Heißt also wenn einer kommt Pusten wir den direkt weg Genug Munition hat das Ding ja schließlich Können wir nochmal nach oben Oh ich glaube ich Äh Ja Wir können tatsächlich nach oben Aber Oh Aber wir hätten noch nach unten gekonnt Ich möchte wieder nochmal nach unten Geht das nicht mehr? Ah fick dich doch Als ob das nicht nochmal möglich ist Doch geht Ich kann hier nämlich noch tiefer rein in das Ding Ich kann nämlich auch unten lang Seht ihr? Ähm Ja Ah ja Funktioniert Nice So Weil oben lang wäre glaube ich der Hardcore Weg Und unten lang auch Guck mal da Da sind wieder diese fetten Teile Oh Gott Oh Gott Ja Ich laufe mal weiter Äh Auf welcher Taste ist denn dieser Äh Auf vier wahrscheinlich Ne Ja auf vier Okay So dann kletter mal nach oben Ich will nämlich Andererseits Wenn wir den jetzt weg machen würden Okay Ne hier möchte ich nicht Hallo sagen Dat 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 Ne 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 Oh das ist so ein komischer Ja jetzt Ja jetzt haben sie mich eh gehört Ja komm ey Dann verpiss dich doch Jetzt geht's los hier Warte Bumm Weg mit dir So hier Bumm Weg mit dir Boah noch einen So wo ist der scheiß Äh Typi Guck mal da Da sind sie noch Hier guck mal Bumm Weg mit dir So man Abgang Bumm Das Ding ist jetzt Jetzt haut mich Jetzt haut das teil Natürlich Warte mal Warte Ach jetzt kommen sie hier auch an Und Und äh Warte mal Ich da Ey Frechheit So Guck mal da ist noch einer Komm her Bumm Weg mit dir Das Problem ist War das hier so ein fetter Hat der so ne Hat der so ne geile Waffe dabei gehabt Ne ich glaub nicht Aber ein bisschen Panzerung wäre mal wieder Wäre mal wieder nicht schlecht Ich muss auf jeden Fall auf die andere Seite So viel ist klar Oh Guck mal da Ah okay Oh Gott Ich mach nen Abgang Ah Heilung Das ist gut Heilung ist gut So Oh mal Abgang Also ich find die Schrotflinte ja ganz nice Ne Zumindest für Oh ja Jetzt muss ich nachladen Auf jeden Fall Als ob So Ina hat's jetzt auch erwischt Dankeschön Nehmen wir mal eine andere Buffet Nehmen wir doch mal Das ist die Maschinenpistole Die war ja auch ganz nice Bisschen Abwechslung reinbringen Oh hier unten Oh guck mal die machen wir jetzt mal alle platt Pass mal auf Hallo Huhu Okay Okay er will nicht starten Irgendwie Ah wahrscheinlich starten die nur bei Alarm Ne Na gut Soll mir recht sein Dann halt eben nicht Schleichen wir uns an den Rand Oh er hat mich gehört Boom 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 Drei Hits Okay reichen aus Mit der Schrotflinte Dann ist der weg Da oben ist noch einer Oh den hat's aber erwischt Alter Schwede Nice Die Waffe ist ganz geil Also kann man sich nicht beschweren War glaube ich eine ganz gute Investition Einfach alle drei Läufe hier raus schrotzen zu lassen Ganz gut würde ich sagen Warte mal Warte Bitte was Komm her Komm Komm hier Hier bin ich Hallo Okay Dann nicht Okay jetzt komm da Warte Na komm her Oh tschüss Dann geht er mir nämlich Oh guck mal hier Hallo Hallo Oh weg mit dir Mal kurz nachladen Oh Gott Aua Was war das denn Oh ich brenne Aua Ich sterbe sofort Ich hab nur noch acht Leben Oh Oh Aua Rüstung Hast du Rüstung für mich? Nein Doch zehn Moment Okay down Ich brauch unbedingt Leben Und Rüstung Den hab ich nicht kommen sehen Ich weiß nicht von wo die scheiß Nate kam Okay vielleicht sollte ich nicht so durch das Game durch sprinten Ich brauch unbedingt Heilung Sonst bin ich gleich platt Oh ja hier Dankeschön Rüstung Okay Perfekt Hier auch noch Heilung Ja sehr gut Solche Penner Okay noch mehr Heilung Sehr gut Gehe ich nochmal hier rein Oh da ist nochmal Da ist nochmal Da ist nochmal Perfekt Okay Na gut Machen wir das Ja lassen wir das Lassen wir das Lassen wir das so Dann würde ich sagen Gehen wir jetzt sofort da durch Aber wir machen an dieser Stelle erstmal eine Pause liebe Freunde Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüssi Aua A funciona A A A Aki A